Musik Grüezi miteinander, kleinen Imbiss zwischen den Hauptmahlzeiten erneuert verbrauchte Energie und regt an zu neuen Daten. Bei Coop finden Sie viele sonnige Kraftspender. Die Kellogg's Rice Krispies sind nicht nur herrlich zum Zmorgen, sondern auch zwischendurch einen knusprigen Genuss. C-frisch aus dem Beutel mit Orangen- oder Pfirsich-Aprikosen-Aroma ist erfrischend und reich an Vitamin C. Gerber Schmelzkäs bringt abwechslend aufs Znüni-Brot. Dessert-Fain, die köstliche Sauermilch auf nordische Art, erfrischt und gibt Energie. Der Holiday-Ent-Kaugummi hat keinen Zucker und ist zarschonend. Ein Schoggistängel, Noisette-Snack oder der Crispy-Snack sind ideal für Pause. Ein köstlicher Imbiss ist der Südfleisch-Salat von Midi im praktischen Aufreissbecher. Auch für die gesunde Zahnpflege bietet Ihnen Coop die besten und neuesten Produkte. Jetzt gibt es Colgate-Flor plus Mineral-Zahnpasten, auch als blaues, minzig, frisches Schäl. Vor allem Kinder haben die Irrsinnung gern. Colgate-Flor plus Mineral, neu als Schäl, für doppelten Schutz gegen Karies. So, und jetzt achten Sie doch noch auf die Aktionen. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop ein Beutel an 400 Gramm Soukous statt 4,40 für nur 3,40. Zwei Stück Kalbsbrotwürste für nur 2 Franken. Französischer Halbhardkäse, Barbie-Belle statt 3,70 jetzt nur 3,10. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Financier-Cake, jetzt nur 2,40. Eine Aprikosen-Roulade, jetzt nur 2,20. Ausländische Pfirsichs, Kilo nur 1,40. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt die Plastikartikel für den Haushalt zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel, der Wäschkorb 60 cm für nur 6 Franken. Der Geschirrspülkorb für nur 8 Franken. Und der Flaschenträger für 6 Flaschen für nur 3 Franken. Auf Wiedersehen, bis am nächsten Mittwoch.